so neun minuten sind rum wir gehen jetzt hin nach links rechts das weiß ich noch nicht ich glaube nur unsere gilde ist halt wieder an was eigentlich schade ist so ein bisschen action wäre ja auch nicht schlecht oder ich gehe jetzt einfach nach rechts ist mir egal voll den falschen weg kongi weiter 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 erster hause alle um mache ich auf alle one hit alle one hit ja das blöde ist beim letzten werden wir jetzt so rumsitzen und dann haben wir quasi fast über eine stunde nichts zu tun das ist das blöde da 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 Ab dem Server habe ich leider keine Zeit und kann nicht helfen, macht doch nichts, macht doch nichts. Ja, das geht wieder alles viel zu schnell, das geht wieder alles viel zu schnell, diese Warrior. Ich glaube, der braucht ein bisschen Nukes. Der braucht ein bisschen Nukes. Oh, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Wir werden so oder so gleich hier ein bisschen rumrennen. Hm. 5 Euro, wenn du das Herz down machst. Das wäre ein bisschen gemein. Das wäre ein bisschen gemein. Dann haben wir die Fortress wieder verkackt. Hm. Knallhart. Ich kann nicht wiesen, Leute. Ich bin kein Forst. Ja, komm, helfen wir dem noch ein bisschen. Da, da, rennt er. Oh, jetzt sitzt er doch in der Falle. Nee, doch nicht ganz. Ach, scheiß auf den. Scheiß auf den. Scheiß auf den. Ja, aber... Ich kann es nicht bringen. Jetzt ist das Blöde. Es wäre einfach zu erniedrigend. Oh, da geht Berserker. Oh, da geht Berserker. Leute, haut da drauf. Oh, ja. Ich versuche dich zu retten. Nein, du bist tot. Oh, oh. Oh, Block. Und tot. Ja, gib mir, gib mir, gib mir 2K. Leg dich hin. Ach, ist er jetzt doch kein, kein Bauer geworden? Oh. Leg dich wieder hin. Scheiß Berserker, Fuzzi. Och, guck dir das an. Esel, denn... Jetzt bin ich tot. Rett mich. Du bist ein Feind. Das ist Kacke. Das ist Kacke. Ja, klasse. Äh, kein Snow, kein gar nichts. Mach, geh, wohnen. Oh, Mann. Er gibt mir einen 10er. Das ist Kacke. Das ist Kacke. Delete Link, what is that? 20 Euro. 20 Euro. Kann ich ehrlich nicht machen. Kann ich ehrlich nicht machen. Use the Zerg. Yes. Warte. Only when I have my Snow. Oh. Oh, ja. Warte, warte. Ich komm gleich. Ich würd's machen, aber... Ja, aber das ist einfach ein bisschen Kacke. Bläm. Jetzt stört sie auch rein. ganz bisschen später nach der Power leveln, wenn du willst. Wo brauche ich Power leveln, auf Epic, auf Epic kann er mich Power leveln, passiert ja eh nix mehr, ja das stimmt, ich bin gefangen. Einfach rauf, ja wir spielen ja noch zwei anderen Serven, also wir spielen ja jetzt insgesamt auf drei, da sind wir noch low levels, da sind wir noch komplett low levels, von daher. Ja. 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 ich bin nicht schuld wenn er down geht er ist down ich bin nicht schuld ich hab nicht attackiert das hat jeder gesehen boah ernsthaft jung ja das kommt davon bunzo attackier doch mit dann können wir dir doch helfen vollhorst ein richtiger vollhorst hier frisst das bim nochmal bim wie bleibt der noch der ist noch voll bleib doch stehen feigt er doch mit mir ok ich muss mich mal buffen ich muss mich mal buffen bleib stehen alles ist alles ist klar ach ich kippe doch schon hammergum 13 man jetzt lege ich jetzt lege ich ich komme hier mal ein bisschen weiter weg so peace stop 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 ich bin am arsch ich bin am arsch je nicht um irgendwann sind wir hier protocol sich auch Buddhism pass einfach es ich sch Naja, ich hab jetzt keine HP-MP-Pots, aber egal, egal. Die mach ich auch so kaputt. So, welche sind hier unsere? Welche? Keine Ahnung. Irgendwas attackieren. Und schon wieder lege ich. Und schon wieder lege ich. Go, 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 go. Hier. Terminator, alter. Bim! Overkill. Und Lock. Server Good Times. Wo nur Chinesen drauf sind. Och, Muddy, lass mich in Ruhe. Amal, 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 amal. Take this. Bam. Jetzt ernsthaft? Was soll das? Why you attack me? Ich krieg irgendwie keine gekillt. Warum krieg ich keine gekillt? die Leute Aviation. Ich werde es euch sagen, warum ich keine gekillt habe. Und ich kann's mighty benutzen. Und diese sentir."